Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, Pokenandist. Es freut mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute werden wir eine Mystery Box von Crazy Cards EU öffnen und schauen einfach mal, was uns da so erwartet. Das letzte Mystery Opening haben wir hier, nein, da oben irgendwo verlinkt. Da könnt ihr gerne mal reinschauen und ich würde sagen, gar nicht so lange rumgehen und ab in die Mystery Box. So, und da wären wir auch mit der crazycards.eu Mystery Box für 50 Euro. Wir öffnen das ganze Ding mal. Also ich habe es noch nicht geöffnet. Ich habe hier, wie man sieht, ist da ein bisschen klebrig. Da habe ich meine Adresse weggemacht und ich würde einfach mal sagen, ich habe auch keine Ahnung. In der letzten Mystery Box von Crispy Cards war es so, dass da direkt die Ware drin war quasi. Und jetzt schauen wir mal, ob das hier ebenfalls so ist. Ich habe keinen Plan. Würde mich auf jeden Fall... Doch, direkt. So. Ich sehe ein lachendes Gengar. Ich sehe 151. Und schauen wir mal. Das hier ist schon mal immer eine coole Sache. Das ist offen. Das ist auch offen. Und das hier ist verschlossen. Und hier ist noch eine andere Sache. Ich würde sagen, das sieht irgendwie fancy aus. Also nicht wirklich fancy, aber das heben wir uns mal für den Schluss auf. Ich dachte irgendwie, diese Mystery Boxen sind alle so, dass sie nochmal in so einer coolen Verpackung sind. Aber so, ich habe keinen Plan. Achtung. Okay. Da ist auf jeden Fall eine Lugia-Pin drin. Dann haben wir ein Lugia. Das ist alles aus der Crone Senate. Scarlet & Violet. Und Paradox Rift Booster. Ich werde wieder mal dann aufschreiben, was genau, ja, für einen Wert das Ganze hat. Ich glaube, hier sind nochmal Booster drin. Schauen wir mal. Oh. Hier ist eine Promokarte. Die lege ich auch mal kurz da hin. Dann ist hier nochmal was gerade im Zwielicht. Gewalt in der Zeit und Paldeas Schicksale. Äh, Paldea Evolved. Entwicklung in Paldea. So. Und ich würde sagen, wir schauen uns die gleich mal an. So. Und. Nein. Natürlich. Natürlich eine 151 Relaxo. Aber. Ist doch ganz knuffig. Wie fange ich an? Fange ich an und mache als erstes die Booster. Das sieht, da ist hier nochmal die Auswahl. Finde ich eigentlich ganz geil, so Random Booster. Hier bin ich ultra gespannt. Weiß gar nicht, was ich da machen soll. So. Ich würde sagen, ähm, was ist hier drin? Ich glaube auch Paradox Rift. Äh, ich mache es einfach mal kurz auf. Hier ist auf jeden Fall ein Schwer- und Schild mit drin. Das finde ich richtig cool. Also in der Gänger-Box. So. Also wir haben auf jeden Fall. Noch mehr Minitins jetzt auf Lager. Ich habe nämlich ungefähr 500.000 Minitins. Natürlich leer. Da ist drin. Ach, das sind die neuen. Ah, okay. Ne, okay. Ich dachte eben, das sind diese komischen, die ich jetzt hier einblende. Da irgendwo. Aber Shrouded Fable. Okay, cool. Habe ich noch nicht. Hier ist einmal Soak. Oder wie der Sack heißt. Und. Ja. Aber ich muss sagen, der Mystery-Faktor ist da. Vielleicht machen wir erst mal die hier auf. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Wir wollen ziehen Cassiopa. Oder Cosima. Wie sie auch immer heißt. Die alte, nette Dame. Code-Karte. Für euch. Letztens hat sich jemand in einem Short tatsächlich beschwert, dass man die Code-Karte nicht lesen konnte. Das war auch der ganze Inhalt des Kommentars. Das war sehr traurig. Gerne bei meinen Shorts vorbeischauen. Jeden Tag. Unterschiedliche Uhrzeiten. Ich habe da noch nicht so den Rhythmus gefunden. Morgens um 10, mittags um 3, abends um 6. Je nachdem, was ich denke, was gut ist. So, und ich würde sagen, wir gehen rein mit Feuerenergie. Nein, Kampf. Mautzi. Wir wollen natürlich ziehen. Snobilikat. Als Altart. Oder Illustration Rare, meine ich natürlich. Nicht Altart. Hier ist der Winning Mochi. Hm, Mochi. Galvandula. Hourglass. Übrigens bisher alles englisch gewesen, ne? Ja. Hier ist Cresselia. Eine Reverse, bla bla bla. Und? Ein Kobaraya. Zweites Booster. Ich sag ganz ehrlich. Kauft keine Mystery-Boxen. Die ballern euch alle. Shrouded Fable rein. Ich sag's euch. Weil's keiner kauft. Das ist halt wirklich so. So, hier ist noch ne Code-Karte. Guck mal. Das hat jetzt auch gespoilert, glaub ich. Und wir gehen rein mit Wasserenergie. Psychoenergie. Sneasel. Ebi. Was sagt denn ihr zu Mystery-Boxen? Würde mich mal interessieren. Die wollen wir ziehen. Niemand anderes. Außer die als, äh, Alter. So. Da ist schon wieder ein Mochi. Iron Moth. Ah, ich glaub da kommt nix. Ne. Schade, schade. Marmelade. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier erstmal noch rein in die geilen, äh, Booster, die wir hier haben. Da fangen wir auf jeden Fall mit Paradox-Grift an. Ziehen wir heute eine Altart? Glaube schon. Heute ist doch ein guter Tag, so etwas. Hier ist ne Code-Karte. So, und ich sag jetzt Elektro. Kampf. Natur. Zubat. Die Medizin-Energie. Ist englisch. Ah ne, hier ist Gewalt in der Zeit. Seh ich grad. Absol. Und. Volcanion. Ups. Als nächstes haben wir hier natürlich Gewalten der Zeit. Da jetzt ne Altart und, ähm. Ja. Ich hab echt lange kein Pack-Lack gehabt. Aber wer weiß, vielleicht was hier drin ist. Sehr gespannt. Äh, keine Karte nach vorne. Und Wasser. Das Haare-Moll. Heute ist aber nur Kampf unterwegs. So ist da was drin? Wahrscheinlich nicht. Thermopod. Meryl. Meryl? Ich dachte immer, das wäre ein Wasser-Pokémon. Psycho. Witzig. Eisenhals. Moruda. Noctu. Ach, guck mal, wenn man davon spricht. Und. Latta-ha. Also die Booster-Auswahl ist auf jeden Fall ganz nice. Muss sagen, hier hat man richtig schön was zum Öffnen. Dementsprechend hat sich das bisher gelohnt. Ich hab übrigens, bin ich ganz ehrlich, bei Crazy Cards dazu geschrieben, dass die, wenn möglich, vielleicht ein bisschen dumm, aber, äh, keine gegradete Karte reinmachen, damit ich, ähm, besser die Boxen vergleichen kann für den gleichen Preis. So. Eine Karte nach vorne. Genau. Und es ist wahrscheinlich. Pflanze. Ja. Pflanzenenergie. Oh, da ist was drin, Freunde der Nacht. Was öffne ich hier gerade? Maskerade. So, was will ich hier raus? Äh, ich hab grad gar keinen Plan. Ich geh mal weiter hier hin. Die Jemma. Palim, Palim. Und, was haben wir? Hab ich schon. Glaub ich. Schade. Weiter geht es mit Scard and Violet. Base Set. Base Set. Also hier ist die Ausbeute, aber jetzt auch schon wieder, wie viel hab ich denn jetzt schon geöffnet? Viel zu viel. Okay. Wir gehen rein mit Kampf. Nein. Jetzt ist natürlich Wasser. Dali. Was wollen wir da rausziehen? Hier wollen wir die Altarzt ziehen von... Oh. Ja. Ich blende sie ein. Das ist ja peinlich. Party. Und da haben wir Krokalor. Dolly. Oh ne, Dolif. Und? Poundstone. Und jetzt hier Paldeas Ewald. Entwicklungen in Paldea. Und jetzt ein Carpador. Sonne ist alles gut. Feuer. Kein Feuer. Manchi. Manchi. Carpador möchten wir. Carpador. 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 Reversal Energy. Klimora. Carpador. Nice. Sehr nice. Das ist eine Altart. Oder? Ja. Schaut mal. Schöner Papagei. Oder auch genannt. Squacabelly. Eine sehr süße Karte. Cool. Nehme ich gerne mit. Espeon. Bonita. Gengar. Und? Brüllschwein. Und wir gehen rein in das wunderbare Opening. Von einer Box, die noch, ich glaube einmal gegönnt hat. Habe ich auch schon geöffnet. Ich bin so ein erfahrener Openinger. Neh, Spaß beiseite. Ist die eigentlich deutsch oder englisch? Die ist deutsch. Cool. So. Wir haben hier drinnen. Entwicklungen. Strahlende Sterne. Und? Pulsionsangriff. Und natürlich wunderbare Aufkleber. Die ich sehr gut finde. Die lässt sich erstmal hier drinnen. So. Ich bin immer noch so gespannt, was hier drin ist. Aber wir haben auf jeden Fall einen coolen Hit. Bin mal gespannt, wenn ich den einblende und nachschaue, was die gekostet hat. Oder kostet. Sehr süße Karte. Aber absolut off-center. Man sieht rechts, links Katastrophe. Unten oben ganz gut. Rückseite. Können wir auch mal kurz gucken. Muss ich mir hier erstmal selber anschauen. Auf jeden Fall eine Katastrophe. Was? Die Off-Center. Okay. Und wir fangen an. Entwicklung in Paldea. Carpador. Abartige Karte. All die Illustration Rare von Carpador hier. Ich glaube vom gleichen Illustrator wie das wunderbare Giratina. Müll. Müll darf man nicht sehen. So. Hier. Code-Karte. Und. Genau. Die liegt mittlerweile bei 100 Euro, glaube ich. Oder so. Und wir sagen Feuer. Nein. Oh. Gläufig. Ein Wuffels. Carpador. 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 Lupita. Kein Carpador. Und. Ding Louie X. Als Full Art. Der nächste Hit. So. Das ist doch mal schön. Habe ich schon erwähnt, dass ich aufgeregt bin, was hier drin ist? Ey, wenn da Scheiße drin ist, gell? Ich schicke dir das zurück, Herr Crazy Cards. So. Strahlende Sterne. Ganz klar. Altart Glugak im Kampf mit Bisaflur. Das wollen wir ziehen. Da müssen wir jetzt aufpassen. Ich glaube, ich habe mich schon gespoilert. Ich hasse es, dass die Code-Karten spoilern. Ich hasse es, dass ich das überhaupt weiß. Karte nach vorne gemacht? Ich weiß es nicht. Oh, stopp. Oh nein. Ich muss ja vier nach vorne machen. Habe ich schon eine nach vorne? Ich mache mal eins, zwei. Doch, ich hatte schon eine vorne. Und wir haben eine Bisa-Karte. Achiraisu. Simlomuria. Obai. Porenta. Glurak. 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 Klick, klack. Und. Knack, krack. Holo übrigens. Wunderbar. So. Wer sammelt denn diese Holo-Karten? Außer so irgendwie der fünfjährige Manfred aus dem Kindergarten. Mal eben an. Last. Pack. Magic. Code-Karte. Müll. Eins, zwei, drei, vier. Und wir hoffen. Oh, Fusion Strike oder Fusionsangriff hat so viele geile Karten, aber ich hoffe natürlich auf Gengar. Feuer. Blitz. Ich glaube, ich hätte es schon gesehen, wenn da jetzt was Heftiges drin ist, aber schauen wir einfach mal. Zankabu. Belursi. Thermopod. Lampion statt Champignon und Micro und die Reverse unfassbar gut. Raupi und Geowatz. Non-Holo. Jetzt, meine Damen und Herren, ist das hier bisher die Ausbeute, die wir haben mit diesem wunderbaren Coin und dem Anstecker, den ich morgen auf jeden Fall zur Arbeit anziehen werde. Und jetzt. Ich bin absolut gespannt. Es ist verpackt und hart. Es kann übrigens auch ein Ding sein, ne? Ein Vintage-Booster. Das wäre ja geisteskrank. Ich sage es euch ehrlich. Wenn da jetzt was Heftiges drin ist, ich habe gerade meinen Opener gesucht, wenn da irgendwie ein Vintage-Booster drin ist, ein richtiges, also nicht Son und Mond, dann öffne ich das nicht in diesem Video, sondern zerschneide es. Einfach dann off-cam und ja, so. Nein, Spaß beiseite. Wir schauen rein. Was ist das? Wehe, das ist jetzt einfach noch ein normales Booster. Okay. Für alle, die es nicht kennen, ist ein EV Heroes-Booster. Ein 1.5.1-Booster. Und noch ein Lost Origins-Leave-Booster. Finde ich geil. Das war es dann auch. Wir fangen an. Okay, ich glaube, ich habe gerade rausgefunden, dass es koreanisch ist. Aber nichtdestotrotz wäre da die Altart von, das ist koreanisch, ich habe keine Ahnung, Kartweg-mäßig. Ist das japanisch oder? Ah, natürlich ist es koreanisch. Da sieht man es noch an der Rückseite. Wir drehen einfach mal um. Und haben hier natürlich nichts drin. Das ist natürlich sehr schade. Ich hasse koreanische Garten. Das ist japanisch. Das heißt, wir ziehen es am Loch auf. Einmal hier. Oh wei. Kleinstein. Safkorn. Ui. Okay, Pokéball-Reverse-Ultrigaria. Und Pantimus. Also, ne. Last Pack Magic. Naja. Ich glaube, was man hier rausziehen will, ist eindeutig. Es ist nämlich... Himself. Giratina. Altart. Alter, wie verklebt ist denn das? Bro. Okay. Giratina. Pack. Im Giratina-Pack. Und, ja. Es wird mich sehr interessieren. Was sagt ihr eigentlich zum Mystery-Boxen? Das ist jetzt die zweite, die ich geöffnet habe. Es wird mich wirklich sehr interessieren. Und gerne mal in die Kommentare schreiben. Auch wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt. Es gibt noch einige Anbieter. Von... Achtung. Zack. Code-Karte. Von... Äh. Was wollte ich sagen? Es gibt noch einige viele Anbieter von Mystery-Boxen. Leider ist oft ein Slap oder so dabei. Nicht so meins, wenn ich ehrlich bin. Da kriegt man meistens dann... Moment, ich zeig's euch. So eine Scheiße. Äh. Und die... Äh. Entschuldigung. Scheiße natürlich nicht. So eine Mist. Ähm. Die werde ich irgendwann verlosen. Schreibt mir mal in die Kommentare, wenn ihr die cool findet. Ich find sie nämlich... Nicht so cool. Die ist aber von 2016 eigentlich auf japanisch. Eine Reverse-Holo von einem Premium-Champion-Pack. Und die Nummer 10 von 131 in eine 8,5 von CGC geradet. Joa. Kann man machen. Muss man aber nicht. Und damit werden wir uns nun das letzte Booster anschauen und wir gehen rein mit... Wasser. Metall. Das wär doch mal ein Abschied, oder? Wenn man jetzt hier, äh, noch ne... Ne Altart ziehen würde. Aber seien wir ehrlich. Das wär zu schön, um wahr zu sein. So, da haben wir den Raben. Raumpel. Pipi. Schlurp. Och Gott. Und... Nix. Das war meine, äh, zweite Mystery-Box, die ich geöffnet hab. Und ich muss sagen, sehr, sehr viele Booster eigentlich. Dann haben wir hier auch, äh, wie gesagt, die Promokarte. Ogapom. Gut, da kann keiner was dafür, dass ich den schon hab. Der gefällt mir sehr gut. Ich glaub, wenn ich den nicht gezogen hätte, wär's für mich der... Ultra-Ultra-Bruch. Ähm, und hier noch Dinglu. Dieser Holz-Elch, äh, ja, als Full-Art-Karte. Aber auch ganz schön, aber übrigens auch extrem off-center. Weiß nicht, was mit diesen Karten passiert ist. Ja. Gut, das koreanische Eevee Heroes, darüber brauchen wir uns, äh, nicht unterhalten. Das ist natürlich die absolute Katastrophe. Ich finde, koreanische Produkte sollten von Mystery-Boxen fernbleiben. Äh, dann ist das schon irgendwie was sehr Spezielles. Aber immerhin Eevee Heroes und nicht irgendwas anderes. Von daher kann man sich jetzt auch nicht so arg beschweren. Und ich rechne dann mal alles hoch, äh, zusammen. Und, ähm, ihr seht dann, was ich im Endeffekt für einen Wert daraus gezogen hab. Beziehungsweise jetzt erstmal nur der Booster-Preis und so weiter und der Artikel-Preis. Aber wenn ich das so grob überschlage, komme ich, denke ich, schon auf die 50 Euro, die ich dafür, äh, bezahlt hab. Und, ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Würde mich freuen über ein Like, ein Abo und einen freundlichen Kommentar. Und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Ähm, das bringt euch sehr viel. Denn ihr verpasst nichts mehr, was hier auf diesem Kanal passiert. Und wir gehen auf die 2000 Abonnenten zu. Und was da kommt, äh, das wird euch sehr freuen. Da bin ich mir ganz sicher. Und damit würde ich mich eben für das heutige Video verabschieden. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Willkommen bei PokéDentis. Hier fängt der Spaß an. Gemeinsam mit euch Booster öffnen. Das ist mein Plan. Tägliche Shorts und wöchentliche Videos. Klar. Auf YouTube und Instagram. Immer für euch da. PokéDentis. Ein Pokémon-Kanal. Karten und Booster. Das ist optimal. Freu dich auf Abenteuer. Sei mit dabei. PokéDentis. Hier gibt's ja.